Alles Gute zum Muttertag für alle Mütter in dieser Welt. Ich habe für euch ein schönes Video vorbereitet. Hallo Leute, willkommen in Ernest im Wunderland Küche. Wir machen heute was sehr Besonderes. Wir machen hier russische Borscht Suppe. Und ich habe heute hier meine Schwester Daph. Dabei Daphine und mein Bruder Ben. Und hier sind unsere vielen Zutaten. Wir haben hier einmal Lauch, halber Lauch, Karotte, rote Beete, Kartoffeln, Zwiebel, Porre, Paprika und Zellerie, Tomate, 300 Gramm Fleisch. Und wir haben hier Knoblauch, wir haben hier Zucker, wir haben hier Salz und Pfeffer. Wir haben hier noch Dien und frische Zwiebeln. So, wir kochen unser Fleisch jetzt. Wir haben hier Zwiebeln, Pfeffer und 300 Gramm Fleisch. Ähm, so, wir tun das Fleisch jetzt hier rein. Und da rein noch Zwiebeln und noch Pfeffer. So, bis das Fleisch kocht, ähm, schneiden wir hier den Lauch. Wir benutzen drei Stück Kartoffeln. Und es ist, ähm, einfach, ähm, die zu schneiden. Hallo, wir kochen einen sehr leckeren Burschsuppe. Und wenn du groß bist, zeige ich dir das, wie man das macht. Hm? So, unser Fleisch ist fertig. Jetzt tun wir Knoblauch rein. Und dann Lauch. Und dann Kartoffeln. Und dann Zellern. So, wir machen jetzt die Zwiebeln. Erstmal Öl. Und jetzt Zwiebeln. Und ... So ... Wir jagen erstmal Karotte. Und dann Polyn. Und dann grüne Paprika. Und noch Tomatenpasta. Und jetzt Porre und jetzt grüne Paprika und jetzt Tomatenpasta. So, jetzt verteilen wir das hier überall. 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 So, jetzt verteilen wir das hier ins Fleisch rein. So, jetzt kochen wir die rote Beete. So, jetzt verteilen wir das hier. Jetzt verteilen wir das hier. So, jetzt verteilen wir das hier. Und dann ist das Essen fertig. So, unsere Burschsuppe ist fertig. Es sieht lecker aus. Und das in der Mitte ist. So, jetzt verteilen wir das hier. So, jetzt verteilen wir das hier. So, jetzt habe ich das hier. Vielen Dank.